Herzlich Willkommen bei Mittelsmorgensblogger der Welt. Heute mit dem Thema Berlin Tag und Nacht und was mich an dieser Serie so aufregt oder ein Berliner spricht Klartext, so werde ich das glaube ich nennen. Und so ein paar Punkte aussprechen, die ich dir mal irgendwie kundtun wollte. Ich finde es auf jeden Fall heftig, wie viele mich auf diese Serie ansprechen. Wenn die hören, ja du kommst aus Berlin und wie ist denn das da? Ist das wirklich so wie in der Serie? Da werde ich wirklich häufig drauf angesprochen. Und ich bin echt entsetzt teilweise, was die für Vorstellungen haben. Und ich wollte mal mit ein paar Gerüchten und so ein bisschen, ja, so Sachen aufräumen, die in der Serie irgendwie stattfinden, die in Berlin allerdings nicht so sind. Angefangen bei dieser Clique, ich habe es ja schon seit einem Jahr nicht mehr geguckt, aber es gab ja diese Clique um Kim und Nick, die gibt es glaube ich immer noch. Ich habe da ab und an mal reingesappt, ganz kurz, aber ich kann es mir nicht mehr geben. Und früher habe ich es ab und an noch geguckt, muss ich auch gestehen. Und da gab es diese Clique, die die Schule gemacht hat. Und da haben die glaube ich den MSA nachgeholt oder irgendwie Realschule gemacht. Und die sind nie zur Schule gegangen teilweise, haben nur gefeiert und wie auch immer. Und das ist absolut unrealistisch. Sicherlich gibt es auch Klassen oder Clique, wo auch öfter mal gefeiert wird oder gekifft oder getrunken. Das gibt es in Berlin, gibt es auch in anderen Städten. Aber es ist nicht so, dass man hier den Realschulabschluss fürs Nichtstun bekommt. Da muss man auch zur Schule schon gehen. Und das kam mir da so ein bisschen zu kurz in dieser Serie. Vor allem wie Respekt dieses Los, die teilweise mit den Lehrern da gesprochen hat. Da gibt es sicherlich irgendwelche Clique-Schulen, auch in Berlin. Aber das wird so nicht geduldet werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin ja auch zur Schule gegangen. Also das ist schon mal eine Schwachsinn-Geschichte. Dann das große Thema Matrix ist der geilste Club der Stadt. Hätten sie wohl gerne. Ist er nicht. Es ist ein Touristenclub. Ich war da auch schon ein paar Mal. Kann man mal machen. Früher gab es auch das Kuhdorf im Westen. Das ist so ein bisschen ein Vergleich. Es gibt verschiedene Floors. Meistens eins Mainstream, eins Hip-Hop, eins Elektro. Und Getränke sind halbwegs human. Eintritt ist human. Man kommt eigentlich auch immer rein, wenn man sich benimmt. Und da gehen die Touristen halt gerne hin. Warschauer Straße. Das ist jetzt auch da, wo der Elektro-RW-Gelände und Co. ist. Und in der Nähe. Und von daher ist das alles ganz gut erreichbar. Aber der Club ist nicht der geilste Club der Stadt. Also das hätten sie gerne. Wird da immer fälschlicherweise gesagt. Aber es war eine super Idee von dem Laden, die Räumlichkeiten zum Filmen am Tage zur Verfügung zu stellen. Eine bessere Werbung gab es nicht. Weil ich werde echt oft auf diesem Club angesprochen. Ihr könnt ja auch gerne mal hingehen als Gag. Aber erwartet da jetzt nichts Großartiges. Dann kommen wir zu diesen unrealistischen Gehaltsvorstellungen. Basti hat ja mal im Matrix gearbeitet. Mittlerweile ist der irgendwie gestrauchelt. Ich habe es jetzt auch nicht mehr weiterverfolgt. Aber war mir auch einfach zu blöd. Dieses dauernde Hin und Her. Aber der hat, da hat die eine, den der Club gehört, mittlerweile gesagt, dass er 6.000 Euro als Clubmanager dort verdient. Und das halte ich, ja, als Clubmanager ist das vielleicht rein theoretisch machbar. Aber der meint ja in der Serie, ja, dass der eine Lehre gemacht hat und dort arbeitet. Und ich halte das eigentlich für relativ unrealistisch, dass man, vielleicht haben sie brutto gemeint, aber es kam eher so rüber, als wenn er 6.000 Euro so verdient. Und die Leute, die Kinder sehen sich das an und denken, ja, man verdient sofort 6.000 Euro, wenn du im Matrix da im Management arbeitest. Mag vielleicht sein, dass es vielleicht in der Position vielleicht zu ermöglichen ist, 6.000 netto vielleicht auch zu bekommen, aber 6.000 brutto halte ich auch für relativ unrealistisch. Und generell diese Guides-Geschichten und diese Jobs, dass die Leute da teilweise nur ein, zweimal in der Woche arbeiten gehen und in einem krassen Loft dann leben können. So ein Loft wie, ja, wo die Miller da auch wohnt. Ich glaube, die wohnt da auch noch, kostet mehrere Tausend Euro. Und selbst wenn da 5, 6 Leute drin wohnen in der WG, können die sich das nicht leisten. Das ist zumindest meine Meinung. Zumindest nicht mit ein, zweimal die Woche arbeiten oder die ganze Zeit nichts tun. Ich finde, das kam da auch oft viel zu kurz und dass man auch alleine aus versicherungstechnischen Gründen auch zum Amt gehen sollte oder wenn man selbstständig ist, auch zumindest ein bisschen was verdienen sollte, kommt da auch viel zu kurz. Und mir passen da einfach so ein paar Dinge nicht, die ich echt ziemlich erbärmlich und schade finde. Und das sind einfach so Unwahrheiten, die über die Stadt da kundgetan werden. Also total blöde und bescheuert. Und da muss einfach mal mit aufgeräumt werden. Auch hier die Leute um Kretze und Co., die sich da nur durchs Leben straucheln. Das gibt es in Berlin natürlich wie in jeder anderen Stadt. Aber es ist einfach nicht gang und gäbe, dass Leute so für ein Hausboot und wie ein paar hundert Euro Miete zahlen. Das kostet so ein Hausboot, wie die das da hatten, kostet bis zu 1.000, vielleicht 1.500 Euro. Und nicht ein paar hundert Euro, die man dann dem Piet dann gibt. Ich habe das wirklich eine Weile mit angeguckt, was die für eine Scheiße den Kindern da erzählen. Aber das ging wirklich in eine Richtung mittlerweile, wo es vielleicht mal ganz wichtig ist oder war, darüber mal zu sprechen. Das soll es auch zu dem Video dann auch schon gewesen sein. Das sind so die größten Punkte gewesen, die schwachsinnig sind, die Mieten vollkommener Blödsinn. Dass man die Schule, die hinterher geworfen wird, vollkommener Blödsinn. Dass das Matrix der geilste Club ist, vollkommener Blödsinn. Dieses Ganze hin und her ist auch total unrealistisch und theatralisch. Aber das sollten auch die meisten merken, dass das halt nicht echt ist. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht echt ist, was da passiert. Glaubt das bitte nicht. Soviel dazu. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem kleinen Video. Bis bald und ciao, ciao.